einen wunderschönen guten hallo meine kleinen freunde auf youtube und herzlich willkommen zu einem lucky rush gegen extremverzogt storm und einen unfägen und wir spielen heute mit vier blogs von denen ich nicht einen einzigen kenne obwohl ich meine ich war mit einem in der grundschule das sind die bases youtube lucky blogs haben wir doch schon gehabt du bobo er hat mich gerade bobo genannt die haben ein neues update wir haben jetzt wirklich dieses mod dass die items auf dem boden liegen nein das ist das was max hinzu gebracht hat weil der max seine sachen verwenden so nach einer ewigkeit kommt lucky rush wieder warum kommt das jetzt erst wieder ist eine ganz einfache geschichte wir hatten uns davor verstritten herr newstime wollte berichten wir mussten ihn als geysel nehmen wir fangen jetzt an in drei zwei eins go ich hab schon angefangen fachtherr minus bastahard ich hab heute diese kacke ausschalten mit den eisern hässlich max ich hasse dich dafür ne weil ich tut dir so leid mach mal hab ich nicht hab ich nicht ignoriert mich das ist schon wieder hier und jo was ist denn hier los alter ich cheat schon wieder wieso hör auf zu cheaten ja normal ich dupliziere hier white stain glass weil ich mich verklick ja verklick dich noch mehr alter max fick dich mit der mod ja normal warum ja normal ich bin nämlich schon auf dem weg in die mitte ja ich auch verdammt ging gleich schon da nein nein 1 2 3 4 mittel weil ihr scheint gut gelaunt zu sein wer schießt doch nach mir uns doch er trifft doch oder verdammt 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 nochmal ey hau ab da hau ab da alle sind in der mitte scheiße neiii alle sind in der mitte nice hau ab da ich will die nicht manjo hau ab da ja normal wie hab ich dich denn gerade in zack getötet erzähl mir das mal ja weiß ich nicht ist halt ein krasser typ ALLE JETZMUS ICH WIEDER COUSPIE man ich hasse nicht dafür nein verdammte scheiße alter wieso kann ich nicht einfach alles rauswerfen von denen das geht mir so auf den Sack ey das kann doch nicht wahr sein jetzt ja normal alter ich hab ich geh auf youtube luckyblocks ey mach das jetzt hier easy du arschgeige ey lol warum bist du denn auf einmal in den youtube luckyblocks drin ha ha du warst doch noch nie in den youtube luckyblocks drin was solltest denn wer du ja wenn ich der king du bist der king dieser mod ist scheiße er bleibt alles liegen nein du Sack ja normal ich wollte die dinge aufsammeln eh oh ich dachte oh was darf denn das finde ich okay ey das ist ne badewanne mit irgendeinem komischen ja das ist ein chicken wing jo wahrscheinlich alter wie denn hier so rum assi oh lol mein spawnpunkt ist weg nein nein fuck off warum ist mein spawnpoint denn weg leute du 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 richtig gelitten habe ich noch gelitten habe ich nice 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 walla walla der den findet hier läuft ich glaube ich weg fehlen da nicht noch du hast du hast was in der mitte könnt ihr von mir was haben ist mir egal dass wir die blöcke hinlegen das ist die letzte scheiß mod ist das warum weil du nicht erkennen was der boden liegt wenn da 100 items liegen ja selber also erst mal liege ich gar nicht am boden nur mich gerade drei machen pack auf alle ich weiß auch nicht mehr ist eine andere lösung kunden ist alkohol eine lösung nein pack auf alle pack auf alle wollen blöcke von jedem jeder einzelne wolle block einzigartig ist eine liegen fünf millionen stück am boden ja habe ich auch eine menge von mal lustig nehme ich salabim eine zauberei nämlich auch ja ja dann gehe ich mal volle suchen was kann das ding eigentlich kann ich das essen nein das kann man werfen okay habe ich weggeworfen läuft bei mir scheiße ich kann davon versuch markt und schütt da ist jemand komm ist hier ein loch damit man da reinrunziger fuck you max fuck you fuck you alpa fuck you fuck you fuck you fuck you selber man bei mir kommt voll die schuldige boke nervt du nicht max max hättest du nicht gesehen der zu große löchel in den ohren siehst du nicht wow wow jetzt aber ich habe mich selber gekillt digga was aber das ist doch gut oder ich habe da gute nein es hat leckt ich kenne aber gute sachen in den blöcken drin ja du bist halt blind lang genug super drei über drei minuten rieger ja guck mal das hätte ich jetzt hier entdeckt da ist gar nichts drin ich komme hier nicht raus glite oh mein gott tschüss tim fuck you doch mann du arschweige das finde ich so darf da noch den dahin aber noch mehr da ist da meine richtung ist ja unbesiegbar ist auch heilung jetzt nicht bin ich mag ich nicht die wird eingeschläfert ja chill 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 jungen alles da nein tschüss doch du sagst bescheid wenn du suizide halt ist das kam mir jetzt nicht so freundlich rüber hatte angst das sieht doch interessant aus aber ansonsten geht es euch gut wo ist der grund jetzt ja hat jemanden drafting table ich würde ihn mal angreifen hat er das ich hatte das ist nicht netter gesprungen du bist ein mongo aber mongo mit einem bongo aus dem kongo aber geworden wer hat gewonnen in das schön wenn das jetzt schon wenn du das schon kreuz ist jetzt gewonnen ich weiß es alles andere an rüsten was ihr besitzt ich weiß jetzt weg weil ich von scheiße mir gut dann gehen wir mal okay ich lass max in ruhe ich will die boy klatschen wenn er sagt er hat gewonnen aber das hier ist die grade muss mal ab ich will die mit in die mail für ruhig haben was soll die mit auch ich hab das gefühl das ist gut ich hab das gefühl ich hab halt vom equipment her einfach gg ja meinte ist eigentlich auch nicht schlecht weil so besser ist möglich hallo basti schön dass du auch da bist oh mein gott haben wir ganz kurzer server legge war das ja keine spikes da hat das in dem moment hat köpfe gespawnt nein aber in dem moment hat hier oben über jemand was gespawnt das bin ich auch gebrauchen wie spon ich habe vielleicht zu mir jetzt ich habe vielleicht zehn meiner lucky blocks geöffnet bis jetzt aber dabei schönes basteln okay daraus kann ich nicht vor ist material aber mir fehlt genau ein alter was läuft da was läuft davon ja das fehlt mir auch noch was mir auch sehr nett jetzt gucken wir mal guck mal hier testen wir mal habt ihr ob das schaden macht ja macht wir haben dasselbe das andere schwert ist halt auch schon wortet was ihr habt alter dieses schwert ist so op das gibt es gar nicht das ist echt nicht mehr normal ne das ist echt hart das ist zu op oder das war noch mal so gut geil ich weiß halt nicht was jetzt was jetzt besser ist so diese bürger sachen oder eben nicht weil du weißt halt nicht wie viel schade wie viel damage und so weiter die wirklich reduzieren ich weiß nicht mehr was ich machen soll ich habe halt auch 100.000 lucky blöcke aller wenn es die wolle suchen das wäre mal wirklich notwendig ja kommt er denn her habe ich dir darüber geschickt ja danke dir der hat mein lucky block gedroppt von jetzt upgraden gg er verloren ihr verloren ihr verloren ja schlecht auch noch eine gute wer wer hat mir gerade noch mal hinter den zombie rüber geschickt wer hat mir den zombie gerade mal rüber geschickt ich danke dir in plural blöcke eigentlich gut nein nein plural nicht benutzen wenn ihr gekillt das ist ein bisschen unfair das ist unfair sagt da auch das wollte ich haben danke weißt du es ist unfair da hätte er die als erstes gehabt hätte gesagt auch nicht benutzt glaube ich glaube ich ist so ich weiß nicht mehr was ich durch plural habe und was nicht wir dürfen diese bobs aber die sport ja nochmal ach du hast blöcke geöffnet oder was ja natürlich wenn wir gedroppt werden hat keiner was von gesagt hat stoff aber am anfang gesagt nein oh da war daneben jetzt aber gekauft was ja guck mal hier habe ich was schönes für dich aber diese plural trident a ist halt super op ne du bist du denn hier nein scheiße ist ja was willst du denn hier alle kann doch nicht wahr sein ich habe gar nichts na eine davon habe ich noch kann ich ja mal nutzen jetzt könnt ihr jetzt jeder mal bitte die wolle suchen gehen ja ich habe 100.000 wollen ja das lief gut okay danke fürs töten ich muss kill machen glaubt ne muss ich nicht heute angriff ist gut ich behalte mal jetzt lucky blöcke hier und dann geht das reicht nicht was kann ich das enchantment true knockback ja ich würde sagen das nicht oder ey max kannst du mal kurz so eine sache für mich testen nein ich habe hier so ein ding da steht unlucky portion draus magst du die mal probieren nein nicht nicht sind halt immer noch nicht mal ein meter komm tschüss dann wollen wir doch mal hier hoch sind immer noch blöcke in der mitte vorhanden die keinen arsch geöffnet hat ich habe ein brain das kann nicht von max sein max hau mal ab da du schießt mir weg hast du gerade noch weg dinger jetzt gute nacht oh ich kann fliegen wir jetzt auf mich geht wir hatten gesagt und ja weil wir haben wir diese scheiß mod mit den hinlegen von den items drin gesagt ohne fliegende ja habe ich habe ich auch nicht an keine sorge ja ne geht so ali erst bei mir ja weil ich habe nämlich glaube ich dass man schon fliegen ja ich habe eine portion zum fliegen wie auch aktiv aber ich musste die taste doppel leertaste drücken ja ich auch ich benutze sie dann einfach nicht hallo kein team ich habe das ehrlich gesagt nicht so gerne dass die leute bei mir in der base sein wollen tim latscht hier rum wo läuft wo läuft denn gerade max rum eigentlich ja tim geht das mit absicht zurück in seine base nein ich bin runtergefallen ich wollte gerade suchen wessen wolltest weg doch nie boi jetzt echt ja warum war richtig krass gut also aber falsche seite 8 eigentlich katze in meiner base wieso in deiner die zwei müsse glaube ich hier nicht war mal kummer kummer kiel gleich euro mein gott jetzt kannst du den immer beschweren ohannis das ist hier lecker weiter warum kann ich denn komplett fliegen fällt mir gerade auf ja kann ich ja auch dürft ihr nicht benutzen sonst kommt katze und beißt euch ja aber es wurde gesagt so du machst trotzdem weiter der macht hat kein problem haupt daher der thumbnail steht ja das thumbnail steht kannst du wieder schreiben early hacks oder early cheat kannst du clickbait ist hier völlig schummelt völlig schummelt genau oh bbis ausbeutungspalace hallo na wie geht es hier in mrs ausbeutungspalace ist climbing erlaubt ja für dich eigentlich schon ne ist ja kein fliegen climbing ist erlaubt ja und slowfall ist ja auch er war hier irgendwo drin aber hat diese wolle nicht gefunden anscheinend ja die blöcke ja da drüben ist die die wahrscheinlich im anderen kern woanders versteckt wo ist ein storm seine base da wo ich gerade bin war die rechts von mir die base oder liegen ja die war rechts von dir storm seine base ja hat ja gar keinen sinn kann hier nicht auf early aufbauen aber ich muss auf early aufbauen leute wo ist überhaupt ich suche grad early's wolle aber ich finde die gar nicht da glaube ich habe die doch gerade raus ja ich bin im gmo 3 und sie hat so eine unnormale abfahrt ist es ist unglaublich gedacht wir müssen schnell machen habe ich das schnell gemacht habe ich halt gar nicht hast du gesagt leck mich am schnitzel ja hast du hunger hier early hattest du im survival ausprobiert ob man das abbauen kann das kann man abbauen definitiv ich habe da bin ich mir hundertprozentig tausendfach hast du es im survival getestet brauche ich nicht testen weil ich weiß es funktioniert hey early mach jetzt nichts falsches ja ich oh lol ich habe halt ja das kommt wegen einer kack mod mag hättest du die drin hätte ich die nicht aussehen getötet ja dann liegt alles an der mod ich bin in dem hoden den early für geklärt erklärt hat aber ich habe meinen für geklärt erklärt dementsprechend würde ich einfach mal sagen early ist unfähig geht eigentlich nicht zu early und besucht seine wolle weil ich weiß ich wo überall die wolle ist meine findet ihr eh nie wo sie mich so tief in meinem hoden versteckt das ja ja laber dummer müll cool ich kann sogar in dem sondern nicht nur müller nicht ja nee das glaubtest du jetzt nicht das was laufen das ist lokal stopp ach so du bist auch klein ja 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 ich bin klein so voll ich möchte nur das betonen ja ja ich habe nicht keiner zu beschweren ich habe magst du holst meine sache in der abgabe soll ja meine base sind vier löcher oder soja bäume aller lernt er hat auch schon seit 80 jahren nicht mehr übertrieben anscheinend also ein max was hat denn der für stuff an das ist auch nicht schlecht als ob alter wie schlecht seid ihr eigentlich wie schlecht seid ihr early ist voll ist weg ja um arschleck weiß ich habe ich weiß weiß jetzt vielleicht andere dass sie schlecht sind und mich vielleicht dafür dass ich eine abfahrt base hätte wotter fack ja es ist abfahrt base laber mich nicht zu laber mich nicht zu meine wolle ist halt einfach zu finden indem du einfach suchst findest du sie bei dir musst du durch tausend löcher gehen wurde dann am ende nicht weiß warst du das schon oder nicht die hier ist es gut glück sie zu finden das ist halt gambling kannst du mal gambling bei lucky blocks bullshit ja so sieht es nicht aus auf gut glück muss man sich finden weil man bullshit aber das ist ja jetzt der mal richtiger bullshit alter ist es nicht mag ganz bezeugen und eine mene mu und katz ist raus ist meine wolle weg nein ist er nicht ich habe dich nur gerade gesehen oder wie max auf sich drauf gestürmt kam du kannst wieder ruhe weiter bauen jetzt in meiner base können wir mal am arschlecken kaputt hauen ja ich bin nämlich in meiner base er hat mich versteckt wenn early kaputt ist ist early kaputt ich warte jetzt darauf dass ihr euch kaputt hat und dann okay das ist katze dann abstauber early ist gecallt wo ist early alter ja such mich in meiner base alter warum kann man den hier eigentlich nicht angreifen hey katze wetten wir das hier oben irgendwo stimmt bei der marsch lecken bock mehr hier mal gleich kacke hier ach nee der ist in deiner base katze ja gar nicht oh mist warte early ich helfe dir mit der rolle das ist ein harter kampf wie er geflogen ist wie er geflogen ist bin ich nicht ich habe slowfall du arschgeige ich habe slowfall der slowfall und climbing das ist sieht fast aus wie flying hey ist early's wolle denn eigentlich weg ja oh lol ich suchte gerade sagt mir das doch ich warte die ganze zeit auf early killen zu sagen ich möchte bitte dass wir in die zukunft sagen dass basen sowie katzen sie hier gebaut hat in zukunft verboten sind dann ganz kurz ganz kurz das kannst du in der nächsten runde sagen wenn du nicht eine sache benutzt die davor verboten wurde oder danach verboten wurde ja dann sehen wir das aber noch mal direkt am anfang ja 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 damit was meine katze wo ist er denn meine meine base gibt es drei vier wege und und nach einer gewissen zeit hast du denn die wolle auf jeden fall gefunden hier bei katze bin ich jetzt schon zum fünfmal im gleichen loch und ich weiß nicht in welchem loch ich gerade hier war du musst das ganze mit dem system machen ja ich mach dir da auch ein system aller das wäre sehr nett von dir das war richtig hart anna pubertze lecken geht leider nicht ich bin beschäftigt das ist so impossible das ist ja unhöflich tim aber sehr sehr unhöflich hallo wo ist denn tim überhaupt ach da ist tim so tim ist raus ich hab doch einen revival trank gehabt den ich nicht getrunken hab ich idiot ey max was geht oh du lebst noch so jetzt ist das problem ich finde bei max die wolle nicht und ich finde bei mir die wolle nicht ja also ich weiß wo bei mir die wolle ist ja aber du findest bei mir gerade die wolle nicht das ist eine frage derzeit warte wir tauschen uns hier die seiten und suchen ich will deine finden okay ja ja ist okay machen wir beide so hart am arsch ihr könnt mich beide so kreuzweise mal am arsch lecken es gibt so weißt du ey katze seine base ohne witz ey diese base ist so easy peasy ohne scheiß ist sie nicht ist sie nur wenn du weißt welche ecke die wolle halt versteckt ist mal ganz kurz wer hat diese base übrigens erfunden wisst ihr wer hat diese base erfunden der liebe euch hat diese base erfunden ja max kannst du mir mal einen tipp geben du mir einen tipp geben also max wolle habe ich gesehen gehabt die ist fürchterlich einfach versteckt ich kann nur sagen rechts mittig max du war sogar schon fast dran ja das ist das ist natürlich sehr sehr max seine wolle ist unglaublich einfach versteckt auch einfach gut noch wärmer bis fast da macht weg die wolle ich sehe ich nicht so das dauert sonst ewig wo ist er denn Das macht jetzt hin, ich will zeitig essen. Wo ist er denn? Die wird auch noch weg, du. Deine Wolle ist übrigens weg, Max. Er hat auch mal Toilette in da. Was ist das Ding da überhaupt? Das ist eine Badewanne. Ja, ja. Komm her jetzt. Hattest du besonders an dem Ding? Ach, ich soll jetzt zu dir kommen, oder was? Ja. Wie assi ist das denn? Also ich komm nicht zu mir. Du kommst nicht zu dir? Leute, wenn ihr jetzt beide kämpft, dann locke ich mich wieder hier in den Kampfer an und dann fick ich euch beide kaputt. Ich hab dich schon mal getötet, ich würd's wieder tun. Ja, ich würd's auch wieder tun, ich würd dich umnehmen. Jetzt komm noch rüber, ich schieß auch. Oh, das war knapp genug. Ey, Max, das ist halt, du hast gerade halt voll den Vorteil. Beweck dich! Du geh. Weißt du? Ich hab mich nicht gekämpft. Beweck dich doch. Beweck dich! Ja, ja, ja. Wo ist er denn überhaupt? Ach, da ist er. Ich bin hier. Boah, Max, das war knapp, ey. Oh mein Gott, was die Balls. Unhöflich, Alter. Katz, du weißt, was das Problem ist? Du hast keine Flame-Pfeile. Ich hab drei Bögen. Ja, das ist halt Strang TNT. Ach man, könnt ihr mal aufhören zu snipern. Ey, ohne Scheiß, ich misch mir jetzt gleich ein, ne? Ja, okay, komm, pack den Bogen weg, wir machen das jetzt wie echte Männer. Ja, lol. Was macht ihr da? Ein bisschen spannender, den Spaß hier! Damit hab ich dann wohl gewonnen. Juhu! 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 Das war krass. Schaut bei den Armen vorbei, ganz wichtig! Ja. Und Early Boys hab jetzt verboten. Und Early ist gemutet, alles klar. Genau, ganz wichtig! Sehr verehrte Damen, Tiere, Menschen und Doktoren, schaut auf jeden Fall auf der Endcard vorbei, bei den Leuten und bei den Leuten in der Videobeschreibung. Lasst eine Bewertung da, einen Kommentar, eventuell auch noch. Und ja, wie gesagt, schaut auf jeden Fall mal bei den Leuten vorbei. Kaufkatzes wachsen wird. So ist es nämlich. Und wenn ihr was von Storm kaufen wollt, dann bitte nicht das Zeug, das ihr sonst im Koffer rumträgt. Denn das ist gestohlen und vom Laster gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, bis dahin erstmal. Ciao und ciao! Ciao.